ARD Text im Auftrag von Funk Was kann man hier eigentlich machen? Blumen? Ach, was war das alles? Na gut! Ist uns irgendwas gebrochen? H.U.D. Ich glaube es ist das hier, ich bin mir aber nicht sicher. Kann ich das eigentlich hochziehen? Na gut! Tag 30! Wuhu! Na komm ich an den jetzt mal. Guckt Blue Cap! Den zu essen ist glaube ich keine besonders gute Idee. Nein, das ist glaube ich keine gute Idee. Na ja, die Nacht ist auch gleich vorbei und dann gucken wir mal, wo sind wir jetzt eigentlich hier gelandet? Ach, da! Ah! Nee! Hier zeigt mir nicht... Nee! Wir kommen doch nicht hier lang, ich hatte es vergessen. Oder? Nicht nur weiter. Guck mal hin, lass mal bohmer. Lohr! Bitter der ihm den Miii! Nein, essen. Hier ist ja noch das Schnitzel. Kann ich auch nicht mehr tragen, okay. Okay, hier kommt man trotzdem nicht aneinander vorbei. Das sind zwei getrennte Seiten. Aber, jetzt weiß ich nicht, wie es super aussieht. Habe ich noch genug Essen dabei? Ich wollte eh mal alle essen hier. Leben wieder herrschen. Leben. So. Man könnte im Winter nicht so viel herumlaufen. So, da ist ja noch einer gestorben. So. So, ich weiß auch nicht warum. Jetzt habe ich 20 mal Stein. Ich habe auch eine ganze Ecke Holz jetzt. Und dann kann man mehr als 20 Sammeln zubauen. Ich dachte jetzt schon. Ich müsste wieder ausrangieren. Ne, ne, wird gegessen. Alter. Na. Dann packen wir mal den hier noch her. Komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe nichts zum Heilen. Das ist, ich will es echt nicht probieren, ohne dass ich irgendwas habe. Am besten mit Spinnensalben und sowas. Irgend so was, wo ich weiß, okay, ich kriege mich wieder heilen, wenn ich es gemacht habe. Also, ich brauche das jetzt ja 3 Protection diese Missivity. Oh. Aber dann Label, legez mal es zu sitzen. Das ist ja level respectiert. Was wir sehen. Na? Was kannst du denn Schlemmerland hier? So. Jetzt wird die umstehenden Bäume kaputt machen. Oh. Okay. Habe ich aber noch was? Habe ich noch siehst du? Tadaa. Ey, die ist nicht wenigstens wieder ewig. So. Holz kann ich jetzt also verwenden, das habe ich ja genug mittlerweile. Wie. Sehr schön. Das freut mein Herz doch ungemein. Aber man muss auch sagen, er wird langsam traurig. Dann habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber okay. Ich würde die Asche schon gern aufheben. Dann fülle ich halt komplett auf, so. Jetzt noch die Möhren. Nehmen wir mal das Ding da wieder. Hm. So. 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 Ich fühle mich nicht gut. Darf ich die Rottenex picken? Okay, das stört sie nicht. Dann hauen wir die Facke weg. Cool. Die Steine noch weg. Oh, ne. Die scheiß Grünkappe weg, ja. Auch kein Mensch. Und dann bringe ich das Häschen um. Cool, also ich kann die Rottenex nehmen. Ich weiß nicht, was sie mir bringen, aber ich kann sie nehmen. Wasch die mich bringen, werden wir ja sehen dann. Wenn ich benutze sie. So, flupp. Ähm. Mampf, Mampf. Kann ich etwas Neues machen? Nein. Okay. I don't know. Ich hab dir wie ich im Lösen. Ich hab dir die große Sorangen. Ich hab dir die Brüste. Und ich hab deine Mama verraten. Sie hab dir das体. Das ist nicht so. Ich hab dir das aus. Ich hab dir das aus. Ich hab dir das aus. keine angst ich tue euch nichts wenn ihr die scheiße haben ihr kennt mich doch mittlerweile ich der freundliche scheißesammer aus der nachbarschaft stirbt aber der willig okay muss ich akzeptieren du wirst es natürlich jetzt nicht was kann ich denn hier bau ich kann eine kopel in beiden basteln aber das war es dann auch schon aber ich baue jetzt einfach mal eine einfach damit ich mal gemacht habe und damit das spiel zufrieden ist und wir haben auch einen schlafsack und hammer und irgendein kram den kein schwein braucht pick up service stone und dann gehe ich nochmal den bisons und schauen ob sie noch ein bisschen scheiße fallen lassen oder irgendwas keine ahnung fang den Vogel ok 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 ich packe nicht mehr runter was auch immer das Ding bedeutet aber was macht es in demoo nein ich nehme neben dem Tor oh da habe ich noch ne häschen Brenn Pyro Witness Stare let Nium, 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 nium. Lecker Häschen. So. Jetzt hilft es auch. Ich frag mich echt, wie lange das noch dauert. Jetzt vielleicht bis der Mond wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich werde nicht nochmal wieder... Äh, aber die Pinguin-Eier sind ja geschlüpft. Das heißt, der Winter müsste theoretisch langsam vorbei sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Bin mir aber nicht sicher. Bucknet in a Crypt. Ach siehste, stimmt. Haben wir denn hier... Ja, super, da ist doch noch was. Und da. Ah. Und hier. Ach, bei uns in der Base waren auch welche? Na lol. So, jetzt habe ich vier Stück. Trinkt aber immer noch nichts. Wo ist das denn überhaupt? Licht. Pumpkin-Lantern. Spooky Illumination. Use an Aschemal. Lantern. Miner Head. Ah, den Hut hab ich doch, oder? Straw Head. Wir haben doch einen Straw Head. Okay. Pumpkin-Lantern. Und wieder. Malen.